Heute geht es weiter mit dem gestrigen Thema. Gestern hat man über Chakren gesprochen. Da hat man den Unterricht besprochen, Muladhara Chakra und Swadhisthana Chakra. Erstmal diese zwei. Sie sind hier auf dem Schaubild den Namen noch nicht aufgeschrieben, deshalb schreibe ich das hier unten. Schreibt gleich das Element dabei, das vielleicht euch auch interessant und wichtig ist. Muladhara Chakra ist hier die Abkürzung. Die Wurzel Chakra in Bezug zum Element Erde. Was ich gestern nicht angesprochen habe, so wie der Baum oder eine Pflanze eine Wurzel hat und eine Krone, so hat der Mensch auch eine Wurzel, also die Verbindung zur Erde, zur Erdenergie und eine Krone die Verbindung zur Sonnenenergie oder zum Himmel. Es ist dasselbe Prinzip in der Natur. Dann hat man als zweites Swadhisthana Chakra. Das Element Wasser. Das Element Wasser. Okay. Und die Sinnesorgane oder die Sinne, die damit verbunden sind, haben wir gestern schon besprochen, Muladhara, Erde, weil Geruchssinn und Swadhisthana, Wasser, das Geschmackssinn. Okay. Sie sind trotzdem nach oben verbunden, obwohl sie sich im Körper woanders befinden. Das mit dem woanders befinden, das ist ja auch nur so eine mehr oder weniger theoretische Sache. Im Grunde genommen, was wir in der physischen Welt sehen und betrachten, besteht aus drei Dimensionen und vierter Dimension ist die Zeit. Dort in der Energiematrix ist es vielleicht etwas ein bisschen anders und für unseren normalen Menschenverstand ist es schwer zu erklären und zu begreifen. Auf alle Fälle symbolisch kann man das so darstellen. Weiter unten die groben Energien, die grobe Vibration, aber nichtsdestotrotz, das Muladhara Chakra ist für den Knochenaufbau zuständig und wir haben Knochen nicht nur unten, sondern Knochen durchziehen, den ganzen Körper. Genauso wie hier das Swadhisthana Chakra Wasser. Wir haben überall durch den Körper Blut und andere Flüssigkeiten und das untere Chakra ist mit dem ganzen Flüssigkeiten im Körper verbunden und hat diesen Bezug dann darin. Kurz nochmal wiederholt, wenn hier Disharmonie oder die Chakra schlecht funktioniert, dann neigt der Mensch falsch zu sein, träge zu sein und der hat auch so eine grobe Denkweise. Wenn diese Chakra im Element oder in der Guna Rajas funktioniert und arbeitet, das heißt sie ist unruhig. Also in der Guna Tamas, wenn sie arbeitet, bewegt sie sich zu langsam, also sehr träge und der Mensch ist genauso langsam und träge, wenn sie sich im Element Rajas befindet, das ist Beschleunigung, Aktivität und so sehr viel, was den Menschen dann auch bewegt, vor allem dann die Wut. Dann ist er aktiv, aggressiv sozusagen und rachsüchtig meinetwegen auch auf dieser Ebene. Und wenn sie dann harmonisch wirkt und arbeitet, heißt der Mensch hat Geduld, Stärke, gute Gesundheit, ist ausgeglichen. Wenn man jetzt diese drei Guna kurz noch erklärt, Tamas, wenn man das mit einem Startplatz vergleicht, Tamas ist die Guna, wo alles still steht. Das sind Menschen auf dem Startplatz, die stehen, ein Haufen Menschen, die sich nicht bewegen. Genauso wie in der feinstofflichen Welt. Mikroelemente oder Atome, die sind in einem latenten oder schlafenden Zustand. Die zweite Guna ist Rajas. Rajas ist dann das Aktive. Wenn man das mit dem Startplatz vergleicht, sind viele Menschen, die umeinander laufen, jeder stößt sich gegenseitig an, es gibt Unordnung, viel Bewegung, aber das ist gegeneinander stoßen, erzeugt dann wieder neue Energie. Oder so ähnlich, wenn Atome in einem eingeschlossenen Raum sind und sie sich schnell bewegen, durch die Reibung wird dann Energie erzeugt. Sie bewegen sich praktisch chaotisch hin und her. Das ist die Guna Rajas. In Deutsch haben wir das Wort Rajas, das ist dem auch gleichzusetzen, beziehungsweise das ist die gleiche Wortwurzel. Und dann haben wir Sattva. Manchmal mit Doppel-T geschrieben. Sattva ist dann Harmonie. Mit dem Startplatz verglichen, das ist, wenn Menschen wie in einer militärischen Ordnung alle in Reihen gehen, keiner stößt sich gegenseitig an, da gibt es Bewegung, aber die Bewegung ist harmonisch, ohne dass zusätzliche Reibung oder Wärme oder Energie entsteht. Man würde das vielleicht mit, wenn man jetzt Atome nimmt, mit einem Fluss der Atome vergleichen, in irgendeine bestimmte Richtung. So kann der Mensch in einem der Gunnen leben. So sind Nahrungsmittel diesen Gunnen zugeordnet, bestimmte Nahrungsmittel, wenn man sie isst. Und die Energie kann auch in dieser Art und Weise entweder im Tamas schwingen oder Rajas oder Sattva. Und in Veden nach besteht das ganze Universum aus dieser Triniti oder Dreieinigkeit, sagen wir mal so. Und wenn wir das jetzt aufzeichnen, wieder symbolisch, hier ist Tamas, hier ist Rajas, hier ist Sattva. Idealerweise würde alles oder müsste alles im Gleichgewicht sein, wenn wir einen Punkt nehmen, zum Beispiel ein Nahrungsmittel. Ein Nahrungsmittel hat Tamas, Rajas und Sattva. Wenn wir Nahrungsmittel nehmen, die gekocht sind, verdorben, so konservierte Nahrungsmittel oder künstliche Nahrungsmittel, Fertiggerichte, dann sind sie eher hier einzuordnen. Im Tamas. Also sie haben weniger Sattva, weniger Rajas. Und Mensch, wenn er sich von solchen Nahrungsmitteln ernährt, der wird einfach, also sein Intellekt sinkt ab, seine Gesundheit ist auf eine entsprechende Art und Weise und sein Gehirn funktioniert auch dementsprechend. Also er neigt auch zu Trägheit, zu Faulheit und zu einer entsprechenden Lebensweise auch. Zum einen, weil diese Nahrungsmittel diese Information des Tamas mitbringen, zum anderen auch dieser Nebeneffekt, dass der Körper durch solche Nahrungsmittel nach und nach verschlackt und das wirkt sich ja auch auf die Funktionsweisen des Organismus, auf den Stoffwechsel aus. Wenn wir dann etwas sehr, sehr Scharfes nehmen, zum Beispiel nur Chilischoten, wenn man isst, dann haben sie wenig Sattva, wenig Tamas und nur Rajas. Solche Nahrungsmittel müsste der Mensch essen, wenn er aktiv tätig werden will. Zum Beispiel, man kann es selbst variieren, selbst kontrollieren. Wenn man jetzt überreizt einige Tage gearbeitet hat und keinen Schlaf gehabt hat, dann kann es sein, dass man sich ausschlafen muss, ein paar Tage. Man kann so ein Nahrungsmittel dann nutzen, wenn man jetzt etwas, was im Tamaguna ist, zu sich nimmt, dann verfällt man in so einem faulen, schläfrigen Zustand, dann kann man sich zumindest gut ausschlafen. Wenn man jetzt körperlich tätig werden muss und arbeiten muss, müsste man etwas essen, was im Rajaguna ist, also was ganz, ganz Heißes, was Scharfes, was den Körper und den Stoffwechsel anregt und viel Gewürze. Das wäre alles Rajas. Im Sattva-Guna oder dem Sattva-Guna werden so süße, wenig saure Früchte zugeschrieben. So Honig, Milch sind alles Produkte, die viel Sattva enthalten. Wenn der Mensch sich von solchen Sachen ernährt, heißt es, der kann gut meditieren, weil der ist im Gleichgewicht, in Harmonie. Wenn er Produkte vom Tamas isst, während der Meditation wird er eher einschlafen. Wenn er Produkte im Rajas isst, wird er während der Meditation, wird sein Verstand zu aufgeregt sein, zu heppelig sein und er wird einen Gedanken nach dem anderen haben, er wird keine Ruhe finden. Und nur im Sattva-Guna, wenn man jetzt von Yoga spricht, kann der Mensch dann gut meditieren. In der Hatha-Yoga-Pratipika, ein Buch über Hatha-Yoga eben, wo das alles klar und deutlich beschrieben wird, wie sich ein Yogi ernähren soll, wie er praktizieren soll, seinen Tagesablauf, viele andere Regeln. Dort wird die Ernährung für den Yogi so beschrieben, es soll süße, ölige, milchige Nahrung sein, die angenehm für das Herz ist. Also dann ist es im Sattva-Guna. Was Milchprodukte angeht, lässt es sich streiten. Es gibt sehr viele Theorien, die sagen, dass man Milchprodukte lieber nicht essen soll. Wir sprechen aber von den Zeiten, als die Erde noch rein war, als die Kühe noch grünes Gras gegessen haben und als man sie selber gemolken hat. Da war die Milch vielleicht noch im Sattva, so frische Kuhmilch. Was wir heute im Geschäft kaufen, in der Tüte, das ist dann eher Tamas zuzuschreiben und das ist wahrscheinlich nicht mehr als Milch zu bezeichnen. Dann gibt es natürlich Produkte, wenn wir z.B. einen Apfel nehmen, der sauer ist, dann wird er halb Sattva, halb Rajas sein. Okay, also Produkte, die sind nicht nur aus einer Guna, sondern das ist alles zusammengefügt. Und so mit diesem 3 kann man das erzählen, wo man das jetzt mehr oder weniger hinzufügen kann. Das ist so ein kurzer Durchlauf zur Ernährung, oder kurze Erklärung, ja. Ja, genau, genau. Okay. Und jedes Chakra kann dann entsprechend im Tamas vibrieren, im Rajas vibrieren oder im Sattva. Wenn wir hier weiter hochsteigen zur Swadhisthana Chakra, Wasser, die ist für Vergnügen, für Genussmittel, für, sagen wir da noch, alles was mit den Geschmackssinnen, mit den Geschmacksnerven zu tun hat und wo der Mensch dabei bestimmte Befriedigungen empfindet. Wenn sie im Tamas arbeitet, heißt sie arbeitet zu langsam, ungleichmäßig, neigt der Mensch zum kurzzeitigen Genüssen und zur Selbstzerstörung. Durch Alkohol, Drogen, durch andere Sachen. Eben durch dieses kurzzeitiges Empfinden von Lust und durch ein kurzzeitiges Empfinden von Freude. Das ist dann auch so, dass so ein Mensch, der ist, der braucht immer nur diesen kurzen Kick. Er kann vielleicht auf Dauer was langes Positives auch nicht brauchen und nicht erfahren. Bei ihm muss es ständig so rauf und runter gehen. Weil nach jedem kurzzeitigen Genuss oder nach jedem Kick hat er vielleicht wieder eine Stagnation, seine Ernüchterung und dann leidet er wieder, weil dieses Leiden braucht er auch. Viele Menschen leiden nicht, weil sie leiden müssen, sondern weil sie leiden wollen. Irgendwo im Unterbewussten haben sie diese Programme. Und wenn man zu diesem Menschen sagt, hör bitte damit auf, kann er einfach nicht damit aufhören. Obwohl es ihm halt von außen nicht gut tut, aber jeder ist selber sein Herr, sozusagen. Und hat sich die ganzen Sachen selber dann auch zuzuschreiben. Okay, ausführlicher machen wir dann ab hier Manipura Chakra, weil die untere Name gestern besprochen. Manipura Element Feuer, beziehungsweise Licht. Okay. Mani bedeutet eine edle Perle oder ein Edelstein und Pura heißt Stadt. Es gibt Hastinapur Stadt der Elefanten oder viele indische Städte haben diesen Beinamen dann Pura. Und Manipura das ist die Stadt der Kostbarkeiten, kann man so sagen. Weil dieses Chakra ist eben mit der materiellen Welt verbunden, mit auch bestimmten Reichtümern, mit der Ansammlung von Reichtümern, mit der Ansammlung von Geld und vielen verschiedenen Gegenständen. Man kann diese Chakren auch als bestimmte Welten bezeichnen. Wenn der Mensch in dieser Welt lebt, das ist das Leben so eines Hooligans. Der möchte nur draufhauen. Irgendwie hat er keine hellen und edlen Gedanken. Und so Selbstzerstörung und Zerstörung von anderen, das ist das einzige, was ihn interessiert. Zum anderen, wenn, wir haben gestern schon darüber gesprochen, hier weiter unten fangen, fängt die Chakrenwelt der Tiere an. Und die Tiere haben vier Bedürfnisse. Also die Grundbedürfnisse. Essen, Schlafen, Fortpflanzung und Selbstschutz, also Sicherheit. Und viele Menschen haben eben nur diese vier Grundbedürfnisse und weiter geht es bei ihnen. Sie haben keine anderen Interessen mehr. Also ihnen reicht so zu Hause der Fernseher, die Couch, die Flasche Bier und so. Was anderes wollen sie im Leben gar nicht erreichen. Und sie sind auch glücklich damit, dementsprechend. Andere Menschen, die weiter oben leben, in anderen Welten, sage ich mal so, wenn ihr Bewusstsein weiter nach oben steigt, dann haben sie oder entwickeln sie andere Interessen. Unter anderem auf das Fatihistana Chakra versteht der Mensch dann, es gibt nicht nur Draufhauen oder mich selbst den Lieben, sondern es gibt auch andere Menschen. Man kann mit den anderen Menschen wechselwirken. Zu meiner eigenen Freude, zur Freude von anderen. Und man kann irgendwie auch einen Selbstnutzen daraus gewinnen. Auf der Manipura Chakra ist es so, dass der Mensch dann anfängt, bestimmte Handwerkskünste zu erlernen oder die ihn dann interessieren. Er versteht, dass man die Gesellschaft auch um sich herum ordnen kann. Vielleicht durch ein Geschäft oder ein Business oder irgendwelche anderen Sachen. Und fängt dann an, selbstständiger zu werden oder selbstständig zu leben. So als Handwerker oder Geschäftsmann heißt es, ist diese Manipura Chakra. Weil er schon seine Welt ganz anders versteht, wenn hier gedacht wird, bei einer Situation, überlebe ich hier oder überlebe ich nicht. Das ist hier das Denken. Es gibt nur Plus und Minus. Hier auf das Fatihistana Chakra, wenn der Mensch Situationen hat oder sich für irgendwas entscheiden muss, dann sagt er, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht. Hier weiter oben, kann ich einen Nutzen daraus ziehen oder habe ich einen Gewinn oder habe ich keinen Verlust? Ziehe ich einen Nutzen daraus oder ziehe ich keinen Nutzen daraus? Wenn wir jetzt wieder bestimmte Süchte nehmen, gefällt oder nicht gefällt, hier entscheidet sich der Mensch für das, das gefällt mir und dann gibt er sein ganzes Geld für seine Sucht aus. Hier würde er denken, das Geld, das Materielle ist mir viel wichtiger. Auch wenn mir das gefällt, spare ich mir lieber für was Besseres oder für was anderes. Okay? Oder wenn er mit anderen Menschen Wechselwirkung kommt, sieht er in einem anderen vielleicht irgendwie auch sein Geld, das er ihm irgendwie abknüpfen kann durch ein Geschäft oder Verkauf oder sonstige Sachen. Das ist dann eben die Manipura Chakra. Stupider Geiz steht dort, wenn sie im Tamas arbeitet, wenn sie im Rajas ist, das ist intellektueller Geiz und Habsucht. Bei stupiden Geiz wird es so sein, dass der Mensch vielleicht, wenn er jemand sieht, es ihm zu schade ist, auch wenn er 10 Euro hat, um einen einzigen Euro abzugeben oder es kann man vielleicht bei Kindern beobachten, wenn sie ihr Fahrrad nicht teilen wollen oder wenn sie ihr Brötchen nicht teilen wollen, so dieser egoistische Geiz. Intellektueller Geiz ist es dann, wenn der Mensch denkt, er müsste viel mehr wissen als andere, er müsste immer klüger sein als andere. Er liest sehr viele Bücher und sammelt sich ein riesen Vorrat an Wissen an, was er eigentlich nicht nutzt, was für ihn mehr oder weniger auch sinnlos ist. Das ist intellektueller Geiz. Okay, im Rajas. Im Sattva oder wie man hier sich Abhilfe schaffen kann. Im Sattva, wenn die Chakra anfängt zu funktionieren, neigt der Mensch dann zu Altruismus und Selbstlosigkeit. Also eine Tablette oder eine Medizin gegen den Geiz wäre dann, dass man lernt abzugeben. Egal was es ist, ob es die Zeit von jemand ist, ob es ein bisschen Geld von jemand ist oder ob man seine eigene Kraft investiert, um jemandem zu helfen. Das ist alles, was man von sich weg gibt. Seine eigenen Ressourcen an jemand anders. Und im Universum ist es ja so, durch die karmischen Wechselwirkungen, egal wie oft und wie viel ich abgebe, früh oder später, bekomme ich das zurück. Oder ich habe, wenn ich jemand was abgebe, das nicht zurückbekommen, heißt es, ich habe meine Schulden aus der Vergangenheit beglichen. Also geben und nehmen ist hier immer im Ausgleich. Nur wenn man sagt, ich habe selber zu wenig, ich gebe nichts ab, dann versperrt man sich, dann schließt man sich ein in seine eigenen Energiekapsel. Es kommt nichts raus, aber es kommt auch nichts wieder nach. Es kommt nichts rein. Und wenn man diesen Kanal, sage ich mal, öffnet durch bestimmte Abgaben oder Spenden oder Hilfe anderen zu, dann geht Energie irgendwo zwar raus, aber wenn wir altruistisch handeln, zum Wohle von der Gesellschaft, von anderen Lebewesen sehen, dass die höheren Kräfte und verstehen das und wir werden mit zusätzlicher Energie noch versorgt, um noch effektiver für die Gesellschaft tätig zu sein und zu leben, zu funktionieren. Hat angeblich die Farbe gelb. Angeblich sage ich deshalb, weil es heißt, Yogis haben durch Meditationen diese Chakra und diese Energiefelder gesehen. Jedes Chakra ist auch mit einer Drüse, also mit dem Hormonsystem verbunden und es sind dort, wo die Chakren sind, ist auf der physischen Ebene sind auch bestimmte Nervenknoten, die dort zusammenlaufen. Also das Chakrensystem, das feinstoffliche Bild, das ist, sagen wir mal, wie eine Matrix, die aufgebaut wird vom Menschen, Energiematrix und diese Energiematrix wird dann nach und nach mit Atomen und Molekülen gefüllt und dann wird der feste Körper aufgebaut durch diese Energiematrix. Die bestimmt eigentlich, wie der Mensch ausschaut und wie im Menschen, welche Prozesse im Menschen ablaufen. Der Blutkreislauf, Nervenbahnen und alles, was in der physischen Welt abläuft, jede Funktion und jede, sag ich mal, Handlung passiert zum ersten oder auch entsprechend im Energiefeld. Und vom Energiefeld wird das ein- und ausgeschaltet und gesteuert. Okay? Und das Energiefeld eben drum, dieses Pranamayakosha, von dem wir gesprochen haben, wird von übergeordneten Instanzen auch aufgebaut. Weil der Mensch wie eine Zwiebel so mehrschichtig ist und aus verschiedenen Energie- oder Kraftfeldern besteht. Im Russischen, in der russischen Tradition gibt es so Matryoshka. Das gleiche Wort ist Matrix, das ist das gleiche. Oder Mutter, Materie, das ist dieselbe Wortwurzel. Und die Matryoshka hat innen eine kleine Puppe und dann geht es immer weiter, wenn man das von oben betrachtet. So hat man Kindern früher erklärt, dass der Mensch nicht nur der feste Körper ist, nicht nur das, was man sieht, sondern aus vielen Körpern und Strukturen besteht, die ineinander gesetzt sind, wie diese Matryoshka. Okay? So auf spielerische Art und Weise. Und gestern haben wir sowas ähnliches auch gezeichnet. In der Mitte ist die Juvatma, der göttliche Urfunken, der in jedem von uns ist. Und die Juvatma baut um sich herum Energiefelder auf oder die Anzüge auf, um diese Welt zu begreifen. Okay? Und entsprechend kann jeder Körper auch eine bestimmte Schicht des Universums begreifen. Wenn wir das Universum, ich zeichne das mal als Pyramide dahingestellt, oben ist das Bewusstsein, das göttliche Bewusstsein. Und das göttliche Bewusstsein schafft für sich ein bestimmtes Energiefeld. Wir nennen das, hier ist das göttliche Bewusstsein, hier ist das höhere Ich, sagen wir mal so. Hier wird es schon individueller. Das höhere Ich. Danach schaffte sich ein Vigiana Mayakosha, war gestern dieser Bezug oder im Körper des Intellekts. Intellekt, also das ist jetzt die kosmische Schöpfung. Intellekt ist nicht das Gehirn oder der Verstand. Das Gehirn ist nur eine Schaltzentrale aus Nervenenden oder Nervenbahnen. Das Gehirn, das machen wir hier weiter, Verstand, Schrägstrich, Gehirn. Das Gehirn ist dazu da von fünf, die fünf Sinne von den Sinnesorganen, die Signale aufzunehmen und einfach zu verarbeiten. Also warm, kalt, der Geruchssinn, der Tastssinn mit der Haut, was man begreift, Geschmackssinn, okay, und das Sehen. Dafür das Gehirn da. Das Intellekt ist schon eine übergeordnete Geschichte. Auch unsere Erinnerung, weiß die moderne Wissenschaft, vielleicht weiß ich, aber sie kann, sie erklärt es nicht in der Öffentlichkeit, wo der Sitz, der unsere, wie heißt es, unsere Erinnerung ist. Weil man nimmt eine, man hat früher angenommen, das ist irgendwo im Gehirn in den Synapsen gespeichert. Aber wenn man jetzt ein Teil des Gehirns rausnimmt, verschwindet die Erinnerung nicht. Dann hat man ein anderes Teil rausgenommen, ein drittes, viertes und die Erinnerung ist immer noch da. Also nimmt man an, dass um uns herum, also in den Yoga-Büchen ist es so geschrieben. Und die moderne, halt Medizin oder Wissenschaft nimmt an, dass um den Menschen herum ein Energiefeld aufgebaut ist, in dem auch wie in einer Matrix seine ganzen Erinnerungen gespeichert sind. Und die alten Erinnerungen, sagen wir mal, die Kindheit ist von uns weiter entfernt. Und das, was erst gestern passiert ist, oder vorgestern passiert ist, ist näher zu uns. Deshalb kommen wir da besser und schneller ran. Was schon sehr lange Zeit hier ist, so drei, vier, sieben Jahre, ist weiter entfernt. Um da ran zu kommen, müssen wir uns schon anstrengen, um uns an die Sachen zu erinnern. Es gab sogar folgende Fälle, die beschrieben werden, wo nach Verletzungen, wo eine Gehirnhälfte rausläuft oder der komplette Gehirn rausläuft, der Mensch immer noch funktionsfähig ist und so einigermaßen noch leben kann. Also ist unser Intellekt nicht das fleischliche Gehirn, also es ist nicht die Materie. Nichtsdestotrotz verfügen wir dann auch, also hier haben wir Verstand und Gehirn, über so Gefühle oder Sinne, das schreibe ich mal so. Das, was das Gehirn eigentlich analysieren kann, das ist schon gröber als das Gehirn, weil wir hier tasten, schmecken und die Materie wird hier schon gröber. Und zum Schluss, ganz unten wird dann die Materie selber geschaffen, also vom Universum. Das kann man als Pyramide oder als Kreis, Pyramide ist nur ein Teilsegnet. Als Kreis bezeichnen, außen die Materie und nach innen wird es immer feinstofflich. So ähnlich ist es hier durch den Menschen durchgezogen. Unten, Muladhara Chakra ist die Verbindung zu grober Materie oder die Verbindung zur Erde. Das Svathistana Chakra ist die Verbindung, das ist unsere Gefühlswelt. Deshalb Geschmackssinne und diese Freuden, Genüsse, Süchte, alles, das ist unsere Gefühlswelt, das ist unser emotionales Feld. Deshalb ist hier eine Stufe, Gefühle, Sinne ist mehr mit dem Svathistana Chakra verbunden. Manipura Chakra ist unser Verstand, dieses rationelle Denken, dieses Sehen, Gewinn, oder nicht gewinn, was ich früher gesagt habe oder vorher gesagt habe, ist mehr halt diese Welt. Verstand und Gehirn, rational. Dann haben wir Intuition und das höre ich. Das sind schon hier diese oberen Chakren. Eigentlich schreibt man Ajna Chakra, die Intuition zu und dann höre ich das Sahasrara Chakra. Also wir sehen hier im allgemeinen Aufbau des Universums auch ein Bezug als so kleines Abbild oder kleine Kopie des ganzen Universums ist unser menschlicher Körper. Hier Feuerlicht ist das Sinnesorgan Augen oder die Sehkraft. Sehkraft ist direkt mit dem Manipura verbunden. Wenn wir über Strukturen auf der Erde sprechen, die Menschen Energie abzapfen, dann zapfen sie hier über Genussmittel und Pornografie den Menschen die Energie ab. Hier auf dem Manipura Chakra sind es visuelle Reize. Also Filme, Werbungsplakate, bestimmte Zeichnungen, Computerspiele, wo der Mensch über Augen gereizt wird, ist hier Energieverlust auf dem Manipura Chakra. Eine schlechte Sehkraft kann man auch wieder herstellen, wenn man mit dieser Chakra arbeitet. Das ist ja auch alles zusammen verbunden. Oder wenn man eine Reinigungsübung, die Trataka heißt, wenn man eine Kerze vor sich aufstellt, da haben wir vorgestern darüber gesprochen, einfach das Feuer betrachtet oder ein Lagerfeuer betrachtet, geht es über die Augen, weil das Element Feuer hier auch drinnen ist, reinigt es über die Augen auch die Manipura Chakra auf irgendeine Art und Weise. Und die Sehkraft und die Klarheit des Sehens wird durch solche Praktiken, durch die Trataka auch besser. Also Bewusstsein, Materie, es greift alles ineinander und wir haben dazwischen viele Schritte, wie das Bewusstsein sich langsam in Materie verwandelt, über Energie. Und Materie kann man wieder über Energie, Informations-Ebene in das reine Bewusstsein zurück modifizieren oder zurück transformieren. Okay, dann zu Manipura Chakra haben wir gesagt, also Feuer, offenes Licht, wenn man Altruismus pflegt, wenn man die Leute beschenkt oder irgendwie anders spendet oder bestimmte Projekte unterhält oder einfach nur mit den anderen teilen lernt. Was Yoga angeht, gibt es auch Reinigungspraktiken speziell dafür, weil ein anderes Problem der Manipura Chakra ist, dass zu viele essen. Wenn die Energie hier groß ist, das ist wie der Treibstoff dann, der das Essen verdaut, muss diese Energie wohin und dann neigt der Mensch dazu, mehr zu essen, als es im Normalfall nötig ist. Natürlich kann man dann dagegen fasten oder nicht fasten, aber viel effektiver wäre es, die Energie durch Praktiken oder die Kanäle zu öffnen, dass die Energie höher ansteigt. Einfach diese Dämme brechen, die die Energie nicht höher fließen lassen. Wenn sie nicht höher fließen können, sammeln sie sich das in der Manipura Chakra an und man muss mehr essen. Wenn die Energie unten bleibt, dann ist man eigentlich auch ganz normal, weil man hat keine Energie, um viel Essen zu verdauen. Wenn ihr also normal ausschaut und nicht übermäßig groß, obwohl ich gleich auch drauf komme, dann ist die Energie entweder darunter oder darüber. Es gibt aber Menschen, die einen normalen Körperbau haben, aber trotzdem geizig sind. Bei ihnen ist es so, dass sie nicht gegenüber Essen oder viel Essen geizig sind, sondern gegenüber Geld und Reichtümern. Solche Menschen gibt es auch. Wenn man mit ihnen Kontakt hat über ein Gespräch oder über ein längeres Gespräch sogar, kann man dann feststellen, dass man selber diese Probleme bekommt teilweise, aber nicht, dass man geldsüchtig wird oder nach Geld striebt, sondern bei einem anderen Menschen kann diese Wirkung auf der Manipura Chakra in Ess-Sucht umschlagen. Problem auf gleicher Ebene, bloß das wirkt sich bei jedem dann anders aus. Vielleicht wo jeder seine Schwäche hat. So kommt es dann auch. Dann die Anahata Chakra. Anahata Chakra, das Herzzentrum, ist mit dem Element Luft verbunden. Gleichzeitig ist es unsere Haut und unser Tastsinn, die Anahata Chakra. Deshalb haben wir die Arme, mit denen wir greifen, mit denen wir jemanden umarmen, die sind direkt an der Anahata angeschlossen, sage ich mal so. Wenn der Mensch herzlich ist, lieb ist, sage ich mal so, dann umarmt er oft andere und man fühlt sich über die Anahata Chakra gegenseitig. Das ist eine mehr oder weniger schon menschliche Welt. Wenn hier unten, das ist so eine Welt, sage ich mal, auch des Leidens, des Egoismus, dann ist man hier auch, man kann andere mitleiden, man kann andere mitfühlen, man fühlt, wenn es dem anderen schlecht geht und man ist dann mehr ein Mensch sozusagen, wie da unten. Da unten hat man andere Sachen, andere Interessen. Hier beginnt die Welt des Menschen. Auch im Buddhismus wird so erklärt, dass die Chakren auch während des Augenblicks des Todes wie Tore sind. Wenn die ganze Energie des Menschen hier, wenn er wütend ist, faul ist und nichts im Leben ansteht, aus den vier Grundbedürfnissen der Tiere, wird er über dieses Chakra auch entsprechend in den unteren Welten wiedergeboren. Also dieses Bewusstsein, was im Körper unten ist, zieht ihn dann noch tiefer runter durch seine Begierden, die er während des ganzen Lebens angesammelt hat. Das Vatihistana Chakra, das schreiben die Buddhisten, das ist dann die Welt der Tiere. Weil man hier Genüsse und Gelüste auslebt sein ganzes Leben lang, heißt man verbraucht hier sehr viel Energie und wird dann als Tier wiedergeboren, weil die Tiere leben auch nur nach Instinkten und da kann diese Seele auch ihre Triebe und ihre Süchte und Gelüste auch ausleben in der Tierwelt. Aber in die Tierwelt zu gelangen, das ist auch nicht so schön, wie es sich am ersten Augenblick vielleicht anhören mag. Die Welt der Tiere ist sehr rau, sehr grob auch und bis die Seele aus der Welt der Tiere weiter nach oben evolutionieren kann, wenn sie einmal darunter rein verfällt, dauert es sehr, sehr viele Inkarnationen. Hier heißt es, das ist die Welt der hungrigen Geister. Also Seelen, die geistig sind, die habsüchtig sind, sammeln diese Tendenzen und Begierden an während des Lebens und um sich davon zu reinigen, werden sie in bestimmte Welten transportiert oder in bestimmten Welten wiedergeboren, wo sie viel Hunger leiden müssen, wo es nichts zu essen gibt, so ein Wüstenplanet sozusagen oder ein Steinplanet sozusagen. Und die Buddhisten beschreiben das weiter so, sagen, märchenartig nicht, aber auf wundersame Weise, dass angeblich in diesen Welten es so funktioniert, die Wesen, die dort inkarnieren, haben einen sehr dünnen Hals und einen sehr großen Bauch, der immer hungrig ist. Durch den dünnen Hals können sie nichts in sich hineinfüllen und sind ständig hungrig. Und auch wenn sie was zu essen finden und was in der Hand halten, in diesen Wüsten- und Steinplaneten, dann verbrennt der Geist der anderen Seelen, weil sie auf ihn eifersüchtig und geistig sind, irgendwie das letzte Essen, was er für sich gefunden hat. Und so lernen sie dann anders zu sein und können dann weiter oben reinkarnieren. Die Anahata Chakra ist die Welt der Menschen, in der ihr alle lebt und höchstwahrscheinlich auch durch die Anahata Chakra hier auf die Welt gekommen seid oder durch dieses Tor hierher gekommen seid. Bei manchen Menschen, die haben die Tendenz, sich weiterzuentwickeln und nach oben zu gehen. Manche Seelen haben die Tendenz, jetzt im Hier und Jetzt, dass sie nach und nach degradieren und nach unten runterrutschen. Obwohl die Buddhisten diese Welt als irgendwie andere Planeten oder andere Schichten des Daseins bezeichnen, oder viele verschiedene Schichten, kann man das in unserer heutigen Welt auch sehen. Was ich schon gesagt habe, das ist die Welt, wenn wir die Erde betrachten, unsere Gesellschaft, die Welt der Schläger, Hooligans und allen anderen Menschen, die halt nur das im Kopf haben. Hier, das ist die Welt der Drogenabhängigen, Alkoholabhängigen und allen anderen, die nur von Süchten und Trieben gesteuert sind und auch kein schönes Leben haben. Das wäre dann die Welt der Handwerker und Kaufleute, die halt ihr eigenes Geschäft haben und irgendwie mit viel Geld umgehen. Das wäre die Welt der Herzlichkeit. Und dabei wird es im Endeffekt aufhören, wie es zum einen scheint, aber es ist entsprechend auch nicht so, dass wir entweder hier oder hier oder dort sind. Und wenn wir hier auf der Herzchakra sind, heißt es nicht, dass wir auch nicht Geld verdienen können oder rationell denken können, können wir dann genauso gut, wir können auch genauso gut unseren Trieben und Instinkten nachgehen und uns genauso gut in einem Notfall verteidigen. Der eine mehr, der andere weniger. Das heißt, je nachdem, wie sich der Mensch verwirklichen muss in einer oder anderen Situation, wirkt er über die eine oder andere Chakra. Aber sein Hauptzentrum ist auch durch sein Bewusstsein bestimmt, okay? Sein Hauptzentrum, durch das ihr die meiste Energie und die meiste Zeit nach außen wirkt, okay? Das ist dann, wie soll ich sagen, aktiver. Also die eine oder andere Chakra oder Energiezentrum wird aktiver und es bestimmt zum größten Teil sein Dasein auch, okay? Bei Seelen oder Menschen mit einer ausgeprägten Energiematrix, wo alle Chakren harmonisch funktionieren, kann er in der Früh hier unten sein, am Mittag kann er woanders sein, am Mittag wieder hier und abends dort, okay? Er kann das selber kontrollieren, je nach Situation, je nach Lebenslage. Bei anderen Menschen wiederum, z.B. bei den Menschen, die auf den unteren Chakren leben, die kommen gar nicht aus. Es gibt bestimmte Energien, die sie packen, zum Kühlschrank führen oder in ein Geschäft führen, in eine Bar, in eine Disco oder so. Sie sind nicht die Herren über ihr eigenes Leben, sondern diese Gelüste und Energien, die nicht dem Menschen zu eigen sind, sondern die der Mensch angehäuft und angesammelt hat während seines Lebens. Und diese Gelüste und Energien, heißt es, können auch ansteckend sein, dass die von einem Menschen auf den anderen springen oder gehen. Das funktioniert ungefähr so, wenn wir die Aura haben und sie hat bestimmte Schwingungen. Z.B. sie denkt, Alkohol ist gut, das sind die Schwingungen, die sie diese Aura ausbreitet. Und da gibt es einen anderen Menschen, der gar nichts denkt. Der ist einfach leer. Der hat irgendwie vielleicht praktiziert oder was weiß ich. Und weil seine Aura so schwingt und sie in die Nähe kommen, fängt er an, diesen Menschen auch mit diesen Schwingungen aufzuladen. Und obwohl sein Kopf und Gehirn leer war für den Moment, geht er nach einem Gespräch raus und empfindet danach die gleichen Begierden oder Lüste wie dieser Mensch. So wirkt das Chakrensystem ein auf das andere. Deshalb hat man in früheren Zeiten nach einem Kassensystem gelebt und es waren Menschen, die man Unberührbare genannt hat. Das waren zumeist Menschen mit solchen, wie soll ich sagen, nicht guten und nicht gesunden Gewohnheiten gelöst und einer nicht gewohnten Lebensweise. Und um alle anderen zu schonen, die mehr oder weniger besser situiert waren energetisch, hat man diese Kasten getrennt und hat gesagt, ihr habt hier einen Lebensraum und die anderen haben einen entsprechend anderen Lebensraum. Dass ihr euch gegeneinander nicht stört. Ihr könnt hier eure dunklen Fantasien ausleben, aber lasst uns damit zufrieden. So ähnlich war das Prinzip dabei. Okay, dann weiter über die Anahata Chakra. Wenn sie im Tamas arbeitet oder zu langsam arbeitet oder verschmutzt ist, sagen wir mal so, dann neigt der Mensch zur Anhänglichkeit. Der verliebt sich vielleicht in den einen oder in den anderen oder ist seinen Eltern anhänglich, seinem Hut anhänglich, seinem Partner hängt er ständig dran. Und wenn er ihn nicht in der Nähe hat, dann fängt er an zu leiden. Weil er dann über die Anahata Chakra Energie verliert und wir bezeichnen das als Leiden. Wenn wir die Energie über die Anahata Chakra bekommen, das ist für uns Energieanstieg und das könnte vielleicht als Liebe bezeichnen. Oder wenn uns jemand liebt oder uns jemand dankbar ist, dann bekommen wir auch so einen kleinen Energieanstieg. Und das ist nur darum, dass wir Energie bekommen. Also Leid, Schmerzen, alles was uns nicht so gut tut oder nicht so gut gefällt, ist in den meisten Fällen Energieverlust. Und jede Freude und Glück ist oft auch mit Energieanstieg verbunden. Aber nicht zu verwechseln mit den Freuden und Gelüsten auf dieser Chakra. Weil es heißt, es ist ein kurzzeitiger Ausstoß oder kurzzeitiger Anstieg von Energie, zum Beispiel bei einem Glas Schnaps. Aber danach fängt der Mensch an zu leiden, weil er muss diese Sachen verdauen und muss nicht danach ausnüchtern oder hat einen Kater. Und dadurch verliert er noch mehr Energie, als er gedacht hatte, dass er sie vorher bekommen hat. Das ist so mit den Genussmitteln, auch Schokolade und Kaffee wirkt so. Man hat ein Energiepotenzial, wie soll ich das jetzt am besten zeichnen? Man hat so Energieressourcen, von denen man so immer ein bisschen rausnimmt zum Leben. Und man braucht jetzt einen bestimmten, ich soll sagen, schnellen Energieanstieg. Und Kaffee, Alkohol und andere Drogen, das sind nur Stimulatoren, die dieses kleine Röhrchen, wo wir Lebensenergie vielleicht zum Gehen, alles andere für den Alltag brauchen. Diese Stimulanzen öffnen hier einen größeren Energiekanal und leiten viel mehr auf eine kurze Zeit viel mehr von unserer Energie ab. Und wir bekommen das so als Kick, als Rausch, als Energieanstieg kurzzeitig. Aber wir haben hier sehr viel Energie verloren und am nächsten Tag geht es uns schlecht, Kopfschmerzen und alles andere. Da haben wir dann einen Energieabfall dadurch. Das heißt, durch diese Stimulanzen auf der Swatisthana Chakra klauen wir uns selbst aus unserer Zukunft Energie und halt unser eigenes Leben, unsere eigene Gesundheit. Okay? Ist das so deutlich, das System, wie das funktioniert, woher auch dieser Kick und der Rausch kommt. Hier im weiteren Anhänglichkeit, im Rajas, wenn die Anahata Chakra schwingt, neigt der Mensch zur Eifersucht. Also alles, was mit Beziehung, mit Partnerschaft zu tun hat, das ist unser, ja mit anderen Worten sozialer Plan oder unsere soziale Ebene, die Anahata Chakra. Der Mensch ist eifersüchtig, der Mensch will seinen Partner kontrollieren und alle anderen Sachen, was mit Beziehung zu tun hat. Wenn sie im Satwa schwingt, hat er Mitleid. Also er würde dann nie eifersüchtig auf jemanden werden oder anhänglich werden, weil der andere spürt, also der Partner spürt die Eifersücht, der Partner spürt die Anhänglichkeit und nicht immer tut es ihm gut. Und wenn er Mitleid empfindet, würde er ihm oder dem Partner oder allen anderen Menschen weniger oder gar nicht etwas Schlimmes oder Schlechtes antun. Okay? Das wäre im Satwa Guna die Wirkung der Anahata Chakra. Es gibt dabei auch Techniken und Mittel, wie man hier Abhilfe schafft. Bei Tamas kann man das so vorstellen, dass die Energie, wenn sie zum Chakra kommt und von unten gelangt, dann kann die Energie nicht harmonisch durch die Chakra passieren. Das ist zum einen ein Energieknoten, wenn man das so denkt und die Energie, das ist wie ein Energiestrudel. Und entweder, wenn er harmonisch ist, kann die Energie dadurch, die Ida und Pingala, wenn wir hier sehen und andere Energien, aber wenn hier etwas stockt in der Bewegung oder wenn alles irgendwie verstopft ist, dann kann die Energie nicht frei passieren und sie muss, die Chakren werden wie Lotusbluten gezeichnet. Das sind halt Energieausgänge, sagen wir mal so. Bei dem Fatihistana Chakra ist zum Beispiel eins für das fehlende Selbstbewusstsein zuständig. Auf der linken Seite meine ich, ist die Blüte raus, wo die Angst entsteht. Also wenn der Mensch Probleme mit Angst hat, dann ist es die linke Seite des Fatihistana Chakras. Also irgendwie sexuelle, dann übermäßige Kontakte und Sexsucht wird dann von einer anderen Blüte oder es sind nur Energieausgänge dann bestimmt. Und dann sucht sich die Energie, wenn sie nicht frei passieren kann, irgendeinen Ausgang. Wenn wir wieder die Anahata Chakra nehmen, wäre es hier, wenn diese Blüte offen ist, wäre durch Eifersucht, wenn die Energie hier fließt, empfindet die Eifersucht. Wenn hier auch zu ist, dann muss die Energie hier raus, dann würde er Anhänglichkeit empfinden, angenommen. Und wenn die Energie frei passieren kann und nicht irgendwo hier austritt, dann ist es mehr oder weniger in Harmonie, dann kann er Mitleid empfinden. Und dann kann er das auch besser kontrollieren, also sich selber besser kontrollieren, weil die Energie kontrollierter die Chakra passieren. Und dann fließen sie weiter nach oben. Hier Manipura wäre es dann, weil die hat auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 Blütenblätter. Hier auf einem würde es meinetwegen Moment Geiz sein, auf dem anderen Esssucht, auf dem anderen Sucht nach Kinofilmen und Videospielen, was wir angesprochen haben, mit den Augen. Und hier und dort, je nachdem, bestimmt ein anderes Verhalten. Wenn wir beim Herzlichkeit empfinden, verlieren wir dann keine Energie durch die Anahata Chakra? Wenn wir was empfinden, der Theorie nach schon. Wir müssen das, wie heißt es, ein Yoga Praktiker, der wird nur Herzlichkeit empfinden, wenn er das haben möchte. Wenn er es nicht haben möchte, schaltet er seine Emotionen ab. Bei normalen Menschen ist es leider so, dass er das nicht kontrollieren hat. Kann. Manche findet er nett, sympathisch. Er verliebt sich ohne sein eigenes Zutun und empfindet Emotionen, ohne dass er es kontrollieren kann. Bei Praktikern oder bei erleuchteten Brahmanen ist es so, wenn er jemanden lieben möchte, das kontrolliert alles der Kopf und der Intellekt, dann liebt er jemanden. Wenn er die gleiche Person hassen möchte, dann hasst er sie im nächsten Moment. Er kontrolliert Liebe und Hass und alle anderen Emotionen zu 100%. Je nachdem, was er für einen Sinn daraus ziehen will. Er kann dann seinen Feind lieben und hassen, er kann seinen Freund lieben und hassen. Für den gibt es dann wenig Unterschiede. Der ist im Grunde genommen neutral. Alles nach links und nach rechts kann er selber einschalten und ausschalten, wie er möchte. Okay. Hier hilft auch ganz gut, haben wir vorgestern gesagt, die Kunjala Kriya. Wenn man Salzwasser trinkt, das nach oben ausleitet. Das ist eben, wenn hier Verstopfungen, sage ich mal so, damit das jeder verstehen kann. Wenn Verstopfungen in der Chakra entstehen, wird die Energie gestreut durch verschiedene halt unsere Situationen, Gedanken und Gefühle. Wenn wir die Kunjala Kriya machen, das heißt wir befüllen hier diesen Bereich mit Salzwasser und durch Würgereflex leiten wir das Wasser nach oben aus. Und wir haben ja gesagt, wenn im physischen Körper Prozesse ablaufen, laufen auch vorher im energetischen Körper die Prozesse ab, die das alles steuern und kontrollieren. Das heißt, wenn in der Physik etwas hoch fließt und rausgeleitet wird, heißt es fließt gleichzeitig Energie durch den Körper nach oben, die das Wasser rausleitet und rausbringt. Und wenn wir diesen Reiz auslösen und die Energie nach oben ausleiten, ist es so, dass wir dieses Chakra wie mit unserer Energie durchstoßen. Dann gibt es auf der Anahata, wenn wir sie nehmen, nicht mehr den Verlust links, rechts und Seite, Seite, sondern die Energie kann besser nach oben fließen. Und der Mensch ist dann nicht mehr so anhänglich, der kann das Verliebtsein dadurch heilen und alle anderen Anhänglichkeiten, was die Anahata betrifft, auch heilen. Es ist ja nicht immer nur das Verliebtsein. Ich habe ja vom Hund gesprochen oder von Eltern, Verwandten, wenn sie aus dem Leben gehen, gibt es Menschen, die auch dann sehr, sehr danach leiden oder nach dem Lebewesen oder nach dem Menschen. Das sind auch alles Probleme mit der Anahata Chakra. Aber das Leiden, das gehört nicht ganz zum Thema. Das kann ich auch erklären, was es damit auf sich hat. Hier ist ein Mensch und hier ist ein Mensch, der gerade ins Jenseits, sagen wir mal, gegangen ist. Seine Seele ist nicht mehr in dem festen Körper, sondern die ersten Tage ist sie zwar immer noch irgendwo hier, aber ihr Weg würde nach oben sein, im Idealfall. Für diese Seele versammeln sich dann jede Menge Menschen, zum Beispiel in der Kirche, versammelt sich der Pfarrer und sie beten alle für diese Seele. Und das Beten und die Aufmerksamkeit, das schafft für diese Seele eine bestimmte Basis oder ein Energiefeld. Und mit Hilfe dieses Energiefeldes kann diese Seele diesen Sprung nach oben machen. Und das kann sie nur dann machen, wenn sich in den ersten Tagen sehr viele Leute versammeln und der Pfarrer Gebete für diese Seele spricht. Wenn dann nach einigen Tagen das zu Hause passiert und der Pfarrer nicht mehr dabei ist und viel weniger Menschen da sind, dann hat diese Seele nicht mehr, wenn sie es gleich nicht geschafft hat, nicht mehr das Potenzial, ich sag mal, abzuhauen, nach oben abzuhauen und kann sein, dass sie dann nach unten abdriftet in die Unterwelten. Und in den Unterwelten bleibt sie sehr, sehr lange drin, bis sie jemand einfach rauszieht, rausholt oder bis sie irgendeine Chance bekommt zu reinkarnieren. Aber ich wollte eigentlich auf etwas anderes hinaus. Das wäre jetzt ein positiver Moment bei der ganzen Geschichte. Ein Moment, der nicht so positiv ist, aber der Gang und Gebe ist, dass der lebendige Mensch diesen betrauert und weint und leidet und alles andere und er hält durch sein Leid diese Seele immer noch hier in seinem Energiefeld. Er will ihn zurückhaben, er will ihn wieder zurückziehen. Anstatt ihn loszulassen von sich weg und nach oben, ihm alles Gute zu wünschen, ziehen die Menschen diese verwandten Seelen wieder zu sich ran. Und dieses Ranziehen, habe ich mal so bei einem Seminar gehört, kann so weit gehen, dass diese Seele und diese, die noch da ist, die fangen an sich zu überschneiden. Und dann bekommt er so ein bisschen der Lebendige, so ein bisschen von seiner toten Energie sogar ab und leidet dann noch stärker. Vielleicht kann er sogar irgendwie auch krank werden dadurch. Zum anderen ist es so, dass das Egozentrismus ist. Das heißt, ich lasse den anderen nicht seinen Weg gehen, sondern ich denke, ich bin besser oder wichtiger als der andere und ziehe ihn wieder zu mir zurück. Deine Frage. Was heißt sich überschneiden? Wie können sich lebendige und tote Seele überschneiden? Wir haben ja hier, wir haben ja hier gesprochen, wenn einer, der vibriert, also Vibration. Und der andere, der hat angenommen, andere Vibration. Die haben keine Resonanz, die können nicht koppeln aneinander. Das hat jetzt nichts mit Entfernung zu tun, sondern eine Mutter kann vielleicht ihr Kind, wenn es gleich vibriert, auf Entfernung spüren. Wenn der Kind irgendwo im Krieg ist oder so und ihm was Schlechtes zustößt, dann spürt die Mutter das zu Hause, wie so ein Stich oder eine kleine kurze Panik. Wenn aber die Vibrationen des einen sehr, sehr stark sind, dann ändert er die Vibrationen des anderen und er fängt genauso an zu vibrieren wie er. Durch diese Resonanz der beiden entsteht, also laut Physik, das ist ein ganz einfaches, gängiges Gesetz, durch Resonanz entsteht durch Schwingungen, durch gleiche Schwingungen eine Verstärkung. Das heißt, beide zusammen schwingen dann um einige stärker als jeder einzelne irgendwo. Und so entstehen Egregoren. Zum Beispiel hunderte und tausende von Menschen schwingen gleich, weil sie die Bibel gelesen haben, angenommen. Und sie schaffen für sich ein Energiefeld, ein starkes, das zum einen von ihnen genährt wird, von den Menschen, die so schwingen. Und vom anderen ist dieser Egregor, der dann auch Eigenschwingungen hat. Er kontrolliert dann jedes Individuum, das diesem Egregor angehört. Und wenn man anfängt, dann so einem Menschen zu sagen, ja, in der Bibel stehen nicht immer ganz korrekte Sachen, steuert dieser Egregor diesen Menschen an und er fängt an, dieses Konzept zu verteidigen. Das gleiche ist auch so der Alkoholiker Egregor und alle anderen Sachen auch. Oder irgendwie Schulen, Sekten, Ideologien, Politikparteien, eine Familie, so ein Mini-Egregor auch. Und wenn der eine sich, zum Beispiel, nehmen wir jetzt den Fall mit dem Überschneiden. Eine Seele, die bereits im Jenseits ist, hat auch bestimmte Schwingungen. Als zweites Beispiel nehmen wir eine Gottheit, angenommen Shiva. Ob es ihn gibt oder nicht, das ist nur zum Erklären. Shiva hat hier andere Schwingungen. Wenn jetzt in diesem Fall mit dem Toten einer anfängt, sich auf etwas einzustellen. Zum Beispiel, er ist jetzt in dem Moment leer. Er denkt an den Verstorbenen. Er zieht durch seine Gedanken die Schwingungen des Verstorbenen in sich hinein. Und fängt an, früher oder später, genauso zu schwingen wie er. Das gleiche Prinzip passiert bei Menschen, die mit Kranken arbeiten. Also bei Ärzten, bei Heilern oder so. Wenn sie zu viel und zu oft mit Menschen zu tun haben, die diese schlechten oder krankheitsbringenden Schwingungen haben, laden sie das auf sich nach und nach und schwingen selber und werden selber krank nach einer Zeit. Das heißt, sie müssen sich ständig selber auch reinigen. Wenn sie Schwingungen von anderen aufnehmen, müssen sie den Reinigungsprozess durchgehen, damit sie ihre eigene Schwingung zurückgewinnen. Und wenn das ein Toter ist, natürlich schwingt er dann, der sich darauf konzentriert, mit der Schwingung einer toten Bewegung oder toten Energie. Und können sich die Ärzte oder andere Menschen sich davon schützen, wenn sie von Menschen mit negativen... Nein, sie können nur nach Hause gehen und sich reinigen. Und schützen kann man nicht? Man weiß nicht, ob man sich schützen kann. Man müsste halt anders schwingen als die. Aber wenn du dich auf den Kranken einstellst, musst du ja mit ihm in Resonanz kommen. Du musst ihn fragen, wie geht es dir? Du musst ihm zu helfen wollen. Wenn ich als Arzt reingehe und alle sind mir scheißegal. Ich denke zum Beispiel an meine Freundin oder an meinen Urlaub. Und dann nehme ich diese Schwingung nicht auf. Aber sobald ich anfange, Mittler zu empfinden, sobald ich mich anfange, auf die Menschen einzustellen... Ich habe schon aufgezeichnet, weil Meditation eigentlich das Gleiche ist. Okay? Wenn ich anfange, mich darauf einzustellen, nehme ich diese Schwingungen in mich auf. Wie kann man sich davon reinigen? Ich muss mich in meinen Urzustand bringen. Es gibt verschiedene Techniken. Zum einen sind es die Shadkarmas, die Reinigungstechniken aus dem Yoga. Zum anderen sind es Meditationspraktiken. Okay? Ich erkläre gleich, das wird gleich, denke ich, klarer sein. Gebetspraktiken. Wenn ich jetzt hier die Schwingungen, so blaue Schwingungen aufgenommen habe. Angenommen, ich habe mich auf den Verstorbenen konzentriert und habe diese Schwingungen. Wenn ich die nicht beseitige, es heißt, wenn der Mensch schläft, dann übertragen sich diese Schwingungen, die waren jetzt mir im Außenfeld, die driften mir nach innen rein. Und die Reinigung wird jetzt sehr, sehr viel schwieriger sein von diesen Tendenzen und Schwingungen. Also müsste man sich, wenn man noch wach ist, vor dem Schlafengehen immer reinigen. Das heißt, er könnte sich von diesen Gedanken befreien und sich zum Beispiel auf Shiva konzentrieren. sich hinsetzen über ein Bild oder durch die Gedanken an Shiva, auf die Konzentration auf seine Energie, holt er sich diese Vibrationen in den Körper herein. Okay? Und ladet sich mit seiner Energie auf. Und wenn er das lange genug macht, dann hat er diese Vibrationen beseitigt und hat neue, andere Vibrationen drin. Oder man geht in die Natur. Die Natur hat auch ihre eigenen Schwingungen. Okay? Dass man sich da reinigt. Die Elemente, also Wasser und Feuer, hat auch eigene Schwingungen. Dass man sich mit Hilfe dieser Elemente reinigt. Das Mantra OM hilft auch sehr, sehr gut. Es ist ein universelles Werkzeug, weil das OM das ganze Universum durchzieht und das ist der Urzustand des Universums. Und wenn man sich selber und seine Energie in den Urzustand bringen möchte, könnte man auch das Mantra OM praktizieren. Das selbe Prinzip passiert auch, wenn man unterrichtet, sage ich mal so. Wenn man vor einer Gruppe spricht oder Yoga unterrichtet in einem Yoga-Studio, ist es das gleiche Prinzip, dass man ein bisschen Schwingungen immer von der Gruppe aufnimmt. Und man müsste zu Hause auch bestimmte Reinigungstechniken durchführen. Mantra OM singen, für sich selber praktizieren, selber Asanas machen und das einfach beseitigen. Ansonsten passiert es so, dass der Yoga, wenn wir jetzt vom Unterrichten sprechen, dass der Yoga-Lehrer sich nach einigen paar Jahren Zeit sich so in seiner Lebensweise nicht mehr von seinen Schülern unterscheidet. Also es passiert immer Energieaustausch. Und wenn ständig Schüler kommen, die noch nicht alle Begierden beseitigt haben, vielleicht so immer noch Fleisch essen, immer noch Alkohol trinken und rauchen. Wenn er zu viel Energie mit ihnen austauscht und an sich selber nicht arbeitet, wird er auch nach und nach diese Gedanken haben, diese Wünsche haben, auch mal eine Zigarette zu rauchen und sich denken, was ist schon dabei, obwohl er früher ganz, ganz anders war, auch mal Fleisch zu essen. Und nach Jahren ist das alles ausgeglichen. Es gibt so ein ähnliches Beispiel oder Prinzip, wenn man also einen Alkoholkranken und einen Gesunden in eine Zelle einspürt und sie zusammenleben lässt, dann wird es nach einiger Zeit sein, also wer stärker ist. Wenn der Gesunde stärker ist, wird der Alkoholiker gesund. Wenn der Alkoholiker stärker ist, dann wird der Gesunde auch zum Alkoholiker. Also entweder oder. Okay, so kann man entweder Menschen rausziehen oder man verfällt selber und wird gleich wie die anderen. Vielleicht das Gruppenzwangprinzip, kann man so sagen. Okay, wer die stärkste Energie hat. Es kann aber auch sein, dass einer, wenn seine Energie stark ist, auf sechs, sieben andere Leute wirken kann. Okay, wenn er ihnen ein bestimmtes Konzept oder eine Idee erzählt und kann das Bewusstsein der ganzen Gruppe verändern. Wenn sie alle noch rauchen, entweder sie ziehen mit und er fängt an zu rauchen auch oder er erklärt ihnen einige Beispiele. Aber es hat wirklich nicht nur mit dem Erklären was zu tun, sondern mit seiner eigenen Energie. Wenn die Energie stark ist, kann er auf die anderen Strahlen, kann er sie verändern. Wenn seine Energie schwach ist, dann kann er ihn noch hundert Jahre davon erzählen. Sie werden nicht mal auf ihn hören, sie werden ihn nicht aufnehmen. Wie passiert denn das, dass der Mensch, dass der andere so weit ist? Das passiert auf dieser Schwingungsebene eben. Wenn seine Schwingungen stark sind, machen wir weiter, weil das heute wahrscheinlich das, was ihr hören müsst. Hier sind andere, wenn er, die sind mit Roh, die sind fest davon überzeugt, dass das Rauchen gut ist und cool ist. Und der hat vielleicht so ein bisschen was davon gehört, vielleicht ist das nicht so gut und hat nur ein bisschen Schwingungssignale davon. Und die reichen nicht aus, um die alle zu übertönen und wir würden sagen, es reicht nicht aus, um sie alle zu überzeugen. Wenn er schon ein bisschen mehr Informationen gesammelt hat, wenn auch vielleicht noch selber, also die physische Kraft des Menschen und die Körpermasse und Größe wirkt auch sehr gut darauf aus. Wenn man sie mit heller, mit sauberer Energie ladet. Angenommen, die haben jetzt alle 50 Kilo. Das ist ein großer Mensch, sage ich mal, Buddha Shakyamuni war fast drei Meter groß. Der hat 200 Kilo. Und der schwingt ganz, ganz anders. Der sagt ihnen, das Rauchen ist nicht so gesund. Und weil zum einen seine Biomasse mehr ist, zum anderen sein Energiepotenzial viel stärker ist, kann er die Schwingungen der anderen überspielen oder überschreiben. Und sie werden seine Schüler und Folge nehmen, sozusagen. Und wenn er genauso wie sie wäre und selber auch an sich zweifelt, würde er selber keine Chance haben in dem Fall. Das klingt so nach Ansteckung, wie bei einer Krankheit. Ja, im Universum läuft alles nach ähnlichen Prinzipien ab. Und dass man so stark sein soll, um sich gegen die negativen Einflüsse zu immunisieren? Es ist genau das Gleiche bei einer normalen Krankheit. Wenn das Immunsystem schwach ist und ein Virus dringt hinein, der stärker ist, dann wirst du krank. Wenn das gleiche Virus eindringt, aber ich in dem Moment oder an dem Tag, mein Immunsystem sehr gut arbeitet und sehr viele Antikörper sich durch die Blutbahn bewegen, dann werde ich nicht krank. Weil dann bin ich stärker als die Krankheit. Okay? Vishuddha Chakra. Richtiger wäre es, Vishuddha zu schreiben. Mit zwei es oder schön. Vishuddha. Eta. Okay. Vish heißt wie Vishnu der höchste Gott. Vish auf Russisch heißt höher. Also russisch, Sanskrit sind sehr viele Überschneidungen, auch im Deutsch, wie ich das immer sage. Also Vish bedeutet das höhere oder das höchste. Und Shuddha bedeutet sauber. Also die höchste reine Chakra. So wörtlich übersetzt. So ungefähr. Okay? Shuddha sauber oder reinigen, Reinigung. Weil es der Theorie nach heißt, dass die Chakra nicht verunreinigt werden kann. Wenn diese so unreine oder unreine Tendenzen haben könnten, hat das Vishuddha Chakra ist sauberer als die untergesetzten Chakren. Aber hier gibt es trotzdem eine Ausnahmeregel. Wenn der Mensch anfängt zu fluchen, Kraftausdrücke zu benutzen, also schlechte Schwingungen durch seine Sprache zu verbreiten, dann ist es so, dass die Vishuddha auch anfängt sich zu verunreinigen oder schlecht zu schwingen. Es heißt, in den früheren Kulturen, wo die Menschen noch telepathisch sich unterhalten haben, hat man die Sprache und die Wörter nur benutzt, um bestimmte Kraftsprüche oder Magiesprüche auszusprechen. Weil die Schwingung entsprechen, oder Mantren anders gesagt. Mantren auszusprechen, weil die Schwingung, die die Stimme erzeugt, auch über dieses Resonanzprinzip, wovon wir gesprochen haben, bestimmte Energien anzieht. Wenn wir wieder Shiva nehmen, dann ist die Vibration Shiva, wenn ich das ausspreche, ist die gleiche Vibration, wie Shiva selber spricht. Eine Vibration, die gleichzeitig auch diese Energie ist. Nochmal, um das zu verstehen. Zum Beispiel, wenn der Mensch einen Namen trägt. Zum Beispiel, der eine ist Peter und der andere heißt auch Peter. Aber die sehen unterschiedlich aus. Und die Vibration Peter beschreibt nicht den Peter selber. Das ist nur ein, ja sag ich mal, ein draufgeklatschtes Wort. Auf seinen Körper, auf sein Aussehen. Und dann gibt es andere Wörter, zum Beispiel das Mantra Om oder die Namen der Götter, zum Beispiel Shiva. Da ist die Vibration, beschreibt komplett auch diese Energie. Oder das ist eigentlich das Gleiche. Deshalb heißt es in den Büchern, wenn wir das Mantra Om singen, dann tanzt der Schöpfer auf unserer Zunge. Das bedeutet dieses Prinzip. Weil, wie man einen Sonnenstrahl von der Sonne nicht trennen kann, das ist ineinander verbunden. Wenn es die Sonne nicht gibt, gibt es auch keinen Sonnenstrahl. Aber man kann nicht abtrennen und irgendwo anders hinbringen. Genau so kann man das Mantra Om und den Schöpfer auch nicht auseinander trennen. Das ist wie die Sonne und ihr Sonnenstrahl. Deshalb ist es ebenso ein universelles Mittel. Deshalb ist es die Praktik, die am meisten und am stärksten die innere Welt verändern kann und den Verstand auch reinigt. Ich hoffe, wir kommen etwas später auch noch darauf. Zu Vishuddha, es ist die Chakra auch die bestimmte Zielstrebigkeit bedeutet. Also wenn der Mensch zielstrebig ist, wenn er, sag ich mal, auch seine Ellbogen benutzt, wenn er über die Köpfe geht, dann arbeitet diese Vishuddha Chakra nicht zum Wohle anderer. Zum Wohle arbeitet das Chakra, wenn er so ein Führer ist, ein Lehrer ist, ein Mensch dem andere gerne folgen. Politiker haben auch ausgeprägt diese Chakra, also gute Politiker, gute Redner. Die können einfach durch Kraft, durch diesen Einfluss, durch ihre Energie und durch ihren vielleicht Elan, Esprit alle Menschen überzeugen und hinter sich herführen. Das war auch die Chakra der Kriegekaste früher. Also Kriege waren ja auch Anführer oder die Herrscherkaste, die viele untergeben haben und sie um sich auch ordnen können. Dass jeder seinen Platz weiß und jeder an seinem richtigen Platz sich auch befindet. Okay, hier soll auch das universelle Mitgefühl sitzen oder die universelle Liebe sitzen. Wenn wir hier Liebe nur gegenüber von Menschen empfinden oder vielleicht nur einen Menschen lieben wir, den anderen lieben wir nicht, dann ist es auf dieser Chakra so, dass wir alle gleichzeitig mitempfinden und alle gleichzeitig lieben, sagen wir so. Alle Liebewesen, alle Tiere und alle Menschen gleich. Wir kristallisieren nicht irgendeinen von denen und schenken ihm unsere alle Freude und Energie, sondern alle gleichzeitig. Da gibt es keine Vorzüge, da gibt es keine ich liebe den und ich liebe den nicht, sondern alle sind gleich für den Menschen. Da sind auch, was ich schon gesagt habe, die Chakren der großen Meister und der großen Lehrer. Und dann die Ajna Chakra. Hat verschiedene Schreibweisen. Manchmal schreibt man sie mit Gier und spricht sie auch Ajna Chakra aus. Ist mit dem Element vielleicht was noch übergeordneter als das It ist, scheinbar Bewusstsein. Bewusstsein. Die Chakra unserer Intuition ist das Tor auch in die psychischen Plasten oder in die psychischen Schichten des Universums. Ist eine sehr wichtige Chakra für Meditation, über die man sich bestimmten Informationsfeldern anschließen kann. Oder bestimmten Egregoren auch anschließen kann. Oder man bestimmte Ideen aus dem Universum herunterladen kann, so wie es heißt. Das ist die schöpferische Chakra, die zum Beispiel jeder, die Musikkomponisten, Erfinder, Ingenieure, Architekten, die einfach sich etwas vorstellen zuerst, es existiert als ein Bild oder als eine Vorstellung, als eine Idee und sie das dann nach und nach durch dieses Chakra verwirklichen. Und aus der Idee wird dann ein Objekt, zum Beispiel ein Haus oder wie soll ich sagen, eine Symphonie entsteht oder ein Gedicht entsteht bei den Dichten oder ein Roman entsteht. Das ist alles die Ajne Chakra. Wie man sie trainieren kann oder wie man die Intuition antrainieren kann, gibt es auch verschiedene Ideen dazu oder verschiedene Meinungen. Manche sagen, die Intuition ist schon einfach da. Ja, aber das hat auch damit zu tun, ob wir selber rein sind, ob wir mit unserem Gewissen im Reinen sind und nach oben eine gute Verbindung haben. Wenn diese Verbindung existiert, dann haben wir von oben, was ich als die Intuition bezeichne, eine bestimmte Unterstützung oder eine bestimmte Hilfe. Wenn wir aufrichtig sind, wenn wir auch viel für andere machen oder für andere lieben, dann gibt es bei uns hin und wieder Impulse, so mache ich das richtig oder so mache ich das falsch. Oder man bekommt Impulse, was eigentlich zu tun ist für den Moment oder welches Projekt man anstreben sollte, wie man das verwirklichen sollte, damit es anderen Menschen vielleicht dann hinterher besser geht. Das würde ich so persönlich für mich als Intuition bezeichnen. Andererseits kann es auch sein, dass der Mensch über so was, solche Leiden wie Besessenheit sind oder auf dringliche oder aufgezwungene Gedanken oder Gedankenparasite sind, wo der Mensch vielleicht auch denkt oder sieht, ja irgendwie eine Stimme spricht zu mir oder Gott spricht zu mir oder irgendwie Außerirdische sprechen zu mir und lässt sich dann davon verführen. Das ist Manipulation. Okay? Das ist nicht die Intuition. Hat zwei Blütenblätter, die nach links nach rechts rausschauen. Das heißt, hier unten ist noch alles polar, plus, minus, gut, schlecht, gut und böse, männlich, weiblich und die zwei Kanäle, die dann hier zusammen laufen. Diese Zeichnung ist auch ein bisschen künstlerisch, das spiegelt nicht den wirklichen Verlauf dieser Energien wieder. Eigentlich laufen in Ida und Pingala die seitlichen Kanäle durch die Chakren durch, wie in einer Spirale. Und laufen hier in der Ajna Chakra oben zusammen, ab da gibt es nur Einigkeit oder Advaita, wie man sagt. Da sieht man alles oder in allem denselben oder den gleichen Ursprung. Dann gibt es nicht Gut und Böse, man versteht, da sind nur zwei Seiten einer Medaille. Dann gibt es da nicht vielleicht auch Tag und Nacht. Man weiß, dass ohne die Nacht der Tag nicht existieren würde und andersrum. Also das ist dann die Einigkeit, die wir hier oben hatten. Und von da, von der Einigkeit, beginnen sich die Sachen zu teilen und das Universum zu schaffen. Gut, und danach in der Sahasrara Chakra, das ist unsere Verbindung, oder nach oben, zu unserem geistigen Potential, zu spirituellen Kräften, zum Schöpfer und eigentlich auch zum Universum, ist es die Verbindung. Es heißt von einer Schule oder von einer Kultur so eine Bezeichnung, dass der Schöpfer uns durch das Sahasrara das Recht gibt zu existieren oder hier auf der Erde zu leben. Und weil die Chakren paarweise angeordnet sind, heißt es laut dieser Theorie, das Sahasrara Chakra ist mit dem Swathistana Chakra verbunden. Über die Swathistana Chakra haben wir die Möglichkeit uns selbst zu kopieren, also Kinder zu bekommen. Und wenn die Sahasrara Chakra aktiv ist, wenn ich mit meinem eigenen oder mit dem göttlichen Potential nach oben verbunden bin und sie gut arbeitet, bekomme ich dann schlussendlich auch die Möglichkeit, dass die Swathistana Chakra ordentlich arbeitet und ich die Möglichkeit habe, mich selber zu kopieren. Also wenn ich das Recht habe, hier zu leben, mich weiterzuentwickeln, habe ich auch die Möglichkeit, es für andere Seelen zu tun oder andere Menschen hier einzuladen. Wenn wir jetzt zu den Elementen zurückkehren, dann haben wir hier gehabt, ich kürze es mal ab, Manipura Chakra. Hatten wir Feuer oder Licht. In der Swathistana Chakra hatten wir Wasser. Und unten, Muladhara, hatten wir Erde. Hier haben wir gesagt, fangen wir lieber um an. Erde, Wasser, Feuer, Luft und Itha. Vishuddha Chakra ist mit Sinnesorganen Ohr und mit unserer Sprache verbunden. Ohren und Sprache, das ist alles, was sich im Itha ausbreitet und das sind Schwingungen, die wir aufnehmen können. Deshalb ist es zum einen die übergeordnete Chakra, zum einen das übergeordnete Element. Also was im Itha sich befindet, das kann man nur hören und durch Sprache von sich geben. Dann haben wir hier, Anahata Chakra, die Luft, also was mit der Haut verbunden ist. Die Luft können wir an der Haut spüren, wir können den Windzug spüren, wir können spüren, ob die Luft heiß ist oder kalt ist. Das ist unsere Haut. Dann gehen wir weiter. Das Feuer, das Feuer können wir sehen, also visuell wahrnehmen oder Licht, haben wir vorher gesagt, Feuer und hier ist mit den Augen verbunden. Also Elemente und Sinne, das überschneidet sich auch hier in einer Art und Weise, das Feuer. Das Wasser, wir haben gesagt, Swadhisthana ist hier Element Wasser, ist mit dem Geschmack verbunden. Feuer können wir nicht schmecken, Wasser können wir schmecken. Mit unserer Zunge können wir auch keine Geräusche aufnehmen oder wahrnehmen. Also dafür braucht man andere Rezeptoren und andere Chakren. Wasser entspricht das Swadhisthana Chakra, Geschmack. Und das Element Erde ist der Geruchsträger als Element selber. Wenn reines Wasser hat ja keinen Geruch und die Erde kann man riechen dann, oder das Element Erde kann man riechen. Okay. Feuer kann man nicht riechen, die reine Luft kann man auch nicht riechen. Die Elemente werden auch so, werden wir dieses Prinzip nehmen aufgebaut, dass es zuerst das Feinere, das Gröbere schafft. Also das ist immer von oben nach unten passiert die Schöpfung und von unten nach oben passiert wieder das Auflösen oder der Tod. Wenn wir jetzt zuerst die Elemente betrachten, dann heißt es, die Erde kann man im Wasser auflösen. Wenn man so Klumpen Erde hat, das ist zum einen, hat es eine Masse und zum anderen hat die Erde eine Dichte. Also wenn man das Element nimmt. Und die Erde kann im Wasser aufgelöst werden. Das Wasser hat auch eine bestimmte Masse, aber das hat keinen Widerstand wie die Erde. Das Wasser, das kann man ja nicht drücken. Oder wenn man das Wasser drückt, dann hat das keine Widerstandskraft. Wie bei einem Klumpen Erde sozusagen. Okay. Das Prinzip versteht. Das Wasser hat wiederum eine Masse auch, das Feuer hat keine Masse. Das Wasser kann man dann in Feuer auflösen. Wenn man das Wasser kocht, wird es in Dampf verwandelt und verschwindet dann in diesem Element. Das Element Luft an sich hat keine Energie wie das Feuer. Also hier haben wir Energiedichte, hier haben wir auch Masse. Hier haben wir Energie, Masse, aber keine Dichte, keine Widerstandskraft. Hier haben wir nur eine Energie und einen visuellen Reiz. Die Luft kann man dann wieder sehen. Es hat auch keine Energie wie das Feuer. Dennoch existiert es als Element. Und die Luft, wie löst die Luft das Feuer auf? Weil wir haben ja gesagt, das oberstehende Element löst das unterstehende auf. Indem die Luft setzt auch einen bestimmten Raum voraus. Indem es das Feuer einfach so in sich aufnimmt und auflöst. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, aber ich denke, ihr könnt es verstehen. Meinst du, wie zum Beispiel eine Kerze zu pusten, dass das Feuer verloschen wird? Ne, einfach das Feuer brennt und wir sehen ja nicht, weil gestern haben wir ja Lagerfeuer gemacht. Wenn das Feuer sich nicht auflösen würde, würde das Feuer unendlich hochgehen, diese Feuersäule. Aber das Feuer geht ja nur bis zu einer bestimmten Höhe und dann verschwindet es. Okay, dieses Prinzip. Das Feuer löst sich selber in der Luft auf. Ach so, nicht zu tief? Nein, 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 nein. Und bei der Luft ist es so, die Luft lässt sich im Äther. Äther kann man auch als Raum bezeichnen. Wenn man den Raum verkleinert, dann komprimiert man die Luft, dann wird die Luft auch heißer und spürbarer, dann ist mehr Druck. Wenn man den Raum vergrößert bis zur Unendlichkeit, verschwindet auch die Luft. Weil dann ist kein Druck, dann ist Vakuum dann vorhanden. Okay, dieses Ausbreiten. Ausbreiten und nach unten das Komprimieren. In einem Buch, das heißt die 6 Yogas von Naropa, ist ein Buch, wie man ins Jenseits übergeht, über bestimmte Meditationspraktiken, die man sich während des Lebens noch aneignet. Heißt es, dass jedes Mal, wenn wir einschlafen, ist es so ein ähnlicher Prozess, wie wenn wir sterben. Einschlafmeditationen, bei denen konzentriert man sich zuerst auf das, wenn die Erde im Körper aufgelöst wird. Dann hat man hier, das sieht für den Einschlafenden aus oder für die Praktik aus, wie eine Fata Morgana. Wenn wir am Horizont so Wasser sehen. Okay, das heißt das Element Erde hat sich im Körper aufgelöst. Wenn sich das Element Wasser aufgelöst, dann sehen wir hier, man spürt einen trockenen Mund. Okay, wenn das Wasser verschwindet im Körper, sich aufgelöst, dann hat man den trockenen Mund. Wenn sich dann der Körper entweder durch den Tod oder durch das Einschlafen weiter auflöst, nach der Mundtrockenheit hat man in der Luft, wenn ich mich nicht täusche, fühlt sich der Körper entweder zu kalt oder zu heiß an, wenn sich das Feuer auflöst. Okay, dann hat man schon ein anderes Gefühl zusätzlich. Und danach, wenn sich die Luft in Äther auflöst, dann sieht man ein besonderes Licht. Also was die Toten oder die Patienten, die im Koma waren, irgendwie als weißes Licht am Ende des Tunnels sehen. Das ist halt das letzte Stadium und über das Licht oder den Lichtpunkt, das ist der Übergang in einen anderen Bewusstseinszustand. Okay, oder wirklich der Tunnel oder der Durchgang in einen anderen Bewusstseinszustand. Und diese tibetischen Praktiker haben sich dann so während des Lebens durch solche Praktiken, durch das Auflösen der Elemente nach und nach auf den Übergang ins Jenseits vorbereitet. Okay, ist alles hier ersichtlich und deutlich. Und wie ich das gestern schon angesprochen habe, das ganze System, entweder man nimmt halt hier diese Pyramide, halt das höhere Ich, Intellekt, der Verstand, unsere Gefühle, die Materie. Wenn man das hier hier rüberschiebt, man hat im unteren Chakra ist Bezug zur Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther und das höhere Bewusstsein. Also ob man jetzt die Elemente nimmt oder hier die materiellen oder energetischen Sachen nimmt, man kommt wieder auf das Gleiche raus. Okay, dann kann man das zur Seite machen. Habt ihr zu diesem Thema noch allgemein Fragen? Ja? Ja, bitte. Wenn man für sich jetzt selber merkt, dass man quasi in Verbieden und in diesen Chakrasstufen so stärken oder ... Ja, ja. Also ich hab den Sinn noch nicht ganz verstanden. Soll man eigentlich immer nur nach oben gehen oder soll man lernen, das Ganze zu benutzen, wie man es braucht? Danke, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt Schulen, die sagen, die Energie wird unten generiert und man soll sie nach oben leiten. Und das heißt, wir gehen von einer Chakra zur anderen. Wir haben so wie ein Evolutionsprozess und wir fangen ganz unten an und bewegen uns langsam nach oben. Bis wir oben sind, dann sind wir quasi erleuchtet. Okay? Aber das ist vielleicht nur die halbe Mitte, dass man jetzt mit den hochsteigenden Energien arbeitet. Andere Schulen erklären es so, dass die unteren drei Chakren und ... Bei diesen Schulen ist es auch so, dass sich das Manipura nicht hier befindet, sondern weiter unten. Das ist dann, wenn man sie verbindet, das untere Dain Tian. Das ist so aus der chinesischen Medizin, aus der chinesischen auch Tai Chi, Lehre und Tradition, hat man diese drei Dain Tian, der obere, mittlere und der untere. Und in diesen Schulen, die halt jetzt nicht von dieser Evolution nach und nach sprechen, die sagen, die unteren drei Chakren werden vom Erdkanal versorgt, also durch die Inkraft oder durch die grobe Ruhekraft des Universums, der weibliche Energie des Universums. Deshalb haben wir hier Stärke, Ausdauer und unsere Physis. Das mittlere Dain Tian ist dann Bereich ungefähr Solarplexus, also zwischen Anahata und Manipura Chakra, ist hier unser Solarplexus. Solarplexus bedeutet übersetzt Sonnengeflecht oder Sonnenverflechtung. Und dieser Theorie nach geht der untere Kanal hier hoch und verbindet sich hier mit dem oberen Kanal, dem Sonnenkanal. Und dabei wird unser Astralkörper erzeugt. Und man kann diesen Solarplexus mit Kraft auffüllen, dann ist das Astralfeld oder unser Astralkörper stärker. Und wir können damit Reisen unternehmen, so astral reisen oder auf Meditationen gehen. Und wenn der Astralkörper entsprechend schwächer ist, haben wir nicht so viele Möglichkeiten, uns so zu realisieren. Und die oberen drei Chakren, die Sahasrara gilt nur als Verbindung, gilt eigentlich nicht als Chakra. Die oberen drei Chakren werden von oben versorgt mit Energie. Das ist der obere Dantian und man sagt, er ist hier im Bereich Kopf. In russischen Märchen wird es als das Goldene Reich, das Silberne Reich und das Bronzene Reich bezeichnet. Und der Mensch besteht dieser Theorie nach nicht nur aus diesen sieben Chakren, sondern auch aus drei Chakren. Also das Drei-Chakren-System, sagen wir mal so mit dem Dantian. Und nach dieser Theorie haben wir einmal von unten den Bezug und von oben den Bezug. Wenn wir uns nach oben anschließen, arbeiten die oberen Chakren besser und die unteren nicht. Wenn wir uns von unten auch an die Erde anschließen, arbeiten auch die unteren Chakren gut. Und dann ist alles im Gleichgewicht. Okay? Und das mittlere, das ist dann halt für sich selber etwas Eigenes. Und in dieser Schule oder Richtung gibt es dann auch so, dass man durch Meditationen diese drei Dantian auch verbindet und der Mensch ist dann wie eine Monochakra. Okay? Oder so als einzelnes vielleicht Batterie-Element oder als einzelnes Element anzusehen mit oben Plus und unten Minus. Okay? Welche Theorie die Richtige ist, sei dahingestellt, ich habe meine eigene Meinung darüber. Ihr könnt euch auch eine eigene Meinung darüber bilden. Okay? Ihr müsst beide Theorien für euch aufnehmen und durch eure eigene Praxis irgendwie was, was wir sagen, nachprüfen, ob es so ist oder nicht. Ich strebe eher diese Energie mit dem Kanal, der von unten runter geht und mit dem unteren Kanal. Also ich würde meiner Meinung nach eher dieser Theorie zustimmen in letzter Zeit, weil ich gesehen habe, dass bei der anderen Schule, wo von dieser Evolution gesprochen wird und von dem langsamen Einstieg oder Anstieg, da fehlt die physische Komponente. Und wenn man diese Theorien auslebt oder danach sich bewegt, dann ist es so, dass der Körper nach und nach schwächer wird, weniger belastungsfähiger wird und irgendwie war das nicht so das Ziel meiner Meinung nach für mich selber. Weil ich merke, wenn man sich nur um das Geistliche kümmert und nur irgendwie oben die ganze Zeit schwebt und die Physik vernachlässigt, ist es auch nicht der Weg. Also man müsste zu 50-50 alles ausgleichen. Sowohl seine geistigen Fähigkeiten, seine Spiritualität entwickeln und aufbauen. Genauso seinen Körper, seine Kraft und seine Muskelkraft gehört ja auch dazu, seine Ausdauer durch bestimmte Sportarten, durch bestimmte Aktivitäten genauso aufbauen. Also nur die Physik ohne die Geistlichkeit ist dann irgendwie stur durch die Wand, ohne Sinn und Verstand. Nur die Geistlichkeit ohne die Physik ist dann so ein Heiliger, der im Wald lebt und von allen Angst hat und wenn irgendwie ein Räuber kommt, gibt ihm freiwillig alles hier und irgendwie rennt weg. Am besten wäre beides. Also wenn man ein geistiger Mensch, ein spiritueller Mensch ist und im Grunde genommen sich auch gegen Eindringlinge und irgendwelche Räuber, Bösewichte, was weiß ich, Angreifer gleichzeitig auch verteidigen kann. Wenn man das jetzt noch anspricht, kurz zu Ende. Die Abbildungen von Jesus, die wir kennen, haben bestimmte Menschen schon lang, lang nach seinem Tod gemacht. Es gibt Berichte oder Meinungen darüber, dass sogar er so eine richtige Recke war, mit einem Meter Schulterbreite und so. Er hat ja auch, wie soll ich sagen, als Zimmerer gearbeitet, sehr viele Jahre lang. Und er war jetzt nicht so ein frommer, dünner Mann, der nur lieb zu allen war, sondern er konnte auch zulangen. Nicht umsonst würde er dann die ganzen, die dort das Geld gewechselt haben, hat er alle aus dem Tempel rausgeworfen. Wäre er jetzt nur mit dem oberen Potential versehen, ohne das untere wäre er zu scheu oder würde sich gar nicht trauen, gegen diese Typen anzutreten. Weil er auch das untere Potential gehabt hat, den unteren Kanal und die Kraft, hatte er genug Kraft, genug Männlichkeit, um sie irgendwie zu packen und da rauszuwerfen. Auch wenn sie mehr waren, als ihr dort damals. Genauso vom Buddha, er hatte einen sehr großen Körper, einen sehr starken Körper, viel größer als seine ganzen Schüler. Und demzufolge müsste man, um ein richtiger Heiliger zu sein, um sehr viel spirituelles Potential aufzubauen, einen sehr großen, sehr starken Körper haben, um diese ganzen Energien durch sich hindurch leiten zu können. Ein Mensch, der zum Beispiel nur 50 Kilo wiegt und sehr dünn ist und sehr schwach ist, kann nicht so viel spirituelle und geistige Energie auf sich nehmen. Und nach dieser Theorie wird irgendwie ein Avatar oder der Herrscher der Welt, wenn er das im Guten betreibt und ein geistiger Mensch ist, ein sehr riesiger, großer Mensch sein, sehr stark sein, stärker als alle anderen, physisch und geistig natürlich auch spirituell. Nur dann kann er ein Avatar oder der Führer des ganzen Planeten werden, also unter diesen Voraussetzungen. In allen anderen Fällen mangelt es wieder unten oder oben.